So, da sind wir schon wieder zurück und ihr habt es ja eben mitbekommen, als ich die letzte Aufgabe quasi abgeschlossen habe, die wir heute reinbekommen haben. Ich habe dann endlich meinen 130er Rez bekommen, also die groben Variante. Wir bekommen die halt dann, wenn ihr Level 130 seid. Nämlich, dass sie deine schöne Skin. Das ist somit die schönste Skin-Variante, die es gibt eigentlich gefühlt von dem. Warte mal, wir gehen mal gerade hier rein. Zack, zack, zack. Wo ist er? Da, bamm. Wie gesagt, den gibt es ab 130 und die Variante dauert noch. Wir müssen erst Spire-Aufträge abschließen. Ja, da freue ich mich schon von. Aber die ist wirklich nice. Also, kann man wirklich so sagen. Aber das findet man auch im Battle Pass. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ihr findet die erst, wenn ihr quasi Level 100 seid. Also, hier die Variante gab es ja bei 110. Die gibt es bei 130 jetzt und die gibt es bei 150. Heißt, ich muss noch 20 Level machen, damit ich die Variante bekomme. Aber ganz ehrlich, bei dem Skin feiere ich die Variante nicht so. Wenn es um die groben Varianten geht, würde ich wirklich sagen, sieht es bei ihm am allerbesten aus. Also, wirklich am allerbesten. Definitiv. Aber, ihr seht, es ist auch möglich, ohne sich den Battle Pass hochzukaufen. Spart euch die V-Works. Glaubt es mir einfach. Macht einfach ganz normal die Tagesaufgaben immer. Und dann werdet ihr das auch ohne Probleme schaffen. Ihr seht, ich habe jetzt schon allein nur, wo ich die normalen Aufgaben gemacht habe. Ich habe schon wieder zwei Tagesaufgaben gemacht. Waren schon wieder 44.000 XP. Dann, ihr seht, hier haben wir eben noch die Aufgaben fertig gemacht. Bäume fällen, kriege ich auch schon bald wieder. Gewöhnliche Aufträge, das sind die... Hä, gewöhnlich? Warte mal. Gewöhnlich? Ungewöhnlich? Müssten eigentlich die grauen Aufgaben sein. Aber eigentlich habe ich die gestern auch schon abgeschlossen. Also, hier die Aufgabe finde ich echt komisch. Weil ich habe definitiv schon mehr als 10 abgeschlossen. 100%ig. Ja, hier die Aufgabe. Da muss ich leider darauf warten, bis ich dann die als Tagesaufgabe bekomme. Aber ich werde gleich auch noch ein Video dazu hochladen. Also nicht wundern, wenn da nochmal was kommt. Aber ich werde immer wieder dauernd in einem anderen Video gefragt. Macht doch mal ein Update. Was ist denn jetzt? Und in dem Sinne, ich wollte euch heute einfach nur zeigen, dass ich den Rest Skin jetzt habe. Also den feiere ich so mit am meisten von den Chrom-Geschichten. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und ihr könnt es auch schaffen. Und in dem Sinne, haut rein.